Hallo, ich heiße Heinrich und ich werde zum Wien besuchen. Wien liegt im Nordosten in Österreich. Ich studiere Deutsch beim Wiener Universität. Ich werde zum Wiener Philharmoniker gehen. Ich gehe auch zum Donauinsel und da sehe ich viele Tiere, so wie Fisch, Rehe und Biber. Ja, ich gehe, der dritte Ort ist Café Wien. Ich werde da entspannen und es ist eine gute Idee für mein Studium, weil es ist ein Kulturzentrum in Deutschland und da lerne ich viel von deutsches Kultur. Und wiedersehen, das ist alles für heute.